Könnt ihr meine Bestellung verpacken? Hashtag 1587 Samantha Ich hab mir für deine Bestellung was ganz Besonderes ausgedacht Als erstes hat Samantha eine Dill-Pickel mit einer Sour-Pickel bestellt Dann einmal Dr. Sour-Strawberries, mega lecker Ein Mike & Ike Mega Mix Sour OG Super Crunch Dieses Produkt wird so oft gekauft, meine lieben Freunde, es ist einfach crazy TikTok, das ist nur Schokolade Einmal Takis Extra Hot Takis Fuego 90 Gramm aus Mexiko Takis Blue Heats Samantha, das war deine Bestellung, aber warte Wir von Candy Peak schenken dir noch einmal Reezys Rounds Ein 10er Pack Twinkies Vanille Und zu guter Letzt ein Ho-Hos 10er Pack Autogrammkarte inklusive Danknisrede darf natürlich nicht fehlen Wenn auch du möchtest, dass deine Bestellung verpackt wird, schreib uns gerne deine Bestellung in die Kommentare Es lohnt sich, denn in jeder Bestellung gibt es etwas von Candy Peak aufs Haus In der Bio kommt ihr zum Shop Grüße gehen raus vom süßesten Shop im Netz Einges Rounds wir sehen uns werfen, denn da ist auch gerade nicht so schön Wir wollen jetzt die Kommentare Wir wollen hier unten in die Kommentare Vielen Dank.